Gas- und Ölpreise sind derzeit permanent am steigen. So ist es inzwischen nicht mehr nur der Umweltgedanke, sondern auch die Geldbörse, die uns zwingt, nach Alternativen zu suchen. Jürgen Hutsteiner aus Steyr, du hast schon vor vielen Jahren umgestellt auf erneuerbare Energien. Wie hat alles begonnen? Ich habe circa vor 20 Jahren meinen Bauernhof übernommen und auch schon meine Eltern haben immer schon darauf geschaut, dass wir eigentlich möglichst sparsam sind und das war einfach der Zugang, alles möglichst selbst zu produzieren, was irgendwie geht. Das ist eben das Futter für meine Hühner, für unsere Hühner haben wir selber immer schon gemacht. Dann haben wir auch die Heizung, war schon immer eine Holzheizung, schon ewig eine Hackschnüsselheizung. Also sind wir 100 Jahre heizungstechnisch, oder eigentlich seit immer klimaneutral. Und dann ist einfach mein Gedanke gekommen mit PV, also ich habe auch über andere Formen des Stromerzeugens nachgedacht. Da war auch Biogas ein Thema für mich. Das habe ich dann aus verschiedensten Gründen nicht gemacht. Und dann bin ich auf PV gekommen und dann habe ich einfach gesehen, dass das eine super Sache ist. Und auch einfach im Vergleich mit der Biogas, weil ich keine Arbeit damit habe. Das ist einfach das Schöne daran. Und da haben wir eben vor 12, 13 Jahren als erste Photovoltaikanlage gemacht. Habe dann gesehen, wie schön das funktioniert und habe es dann kontinuierlich immer mehr ausgebaut. Habe geschaut, dass ich meinen Strombedarf immer mehr selber decke. Da habe ich am Anfang circa ein Viertel Strom selber erzeugt. Mit der Zeit ist dann schon fast die Hälfte geworden. Dann habe ich mich dazu entschieden, einen Stromspeicher zu kaufen. Da sind natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch nicht ganz ideal, also es ist eigentlich noch relativ teuer. Aber ich habe es einfach aus dem, erstens da ist schon der Gedanke Klimaschutz auch dazugekommen, aber auch die Autarkie. Und mit dem Speicher bin ich dann auf 80 Prozent eigenversorgen gekommen. Und dann war der letzte Schritt jetzt dann, also Elektroautos sind dann auch kontinuierlich dazugekommen. Das ist einfach auch super, wenn man nicht mehr zur Tankstelle fahren muss und jetzt zu viel zahlen muss. Aber wurscht, war vorher auch eine Menge Geld. Und ich stecke halt dann den Strom an, ich stecke das Auto an, wenn es gerade Photovoltaik Strom produziert. Aus welchen einzelnen Komponenten besteht das Gesamtkonzept? Angefangen also mit Photovoltaikanlage, die einfach wirklich leise und sauber den Strom produziert. Weiter dann mit den Elektroautos, die kontinuierlich dazugekommen sind, mit denen, wo ich auch meine Eier ausliefere. Dann, was ich auch den Strom aus dieser Photovoltaik verwende. Und weiter geht es dann sogar mit einer Wärmepampe, die ich zusätzlich zur Hackschnitzelheizung noch habe, für den Sommerbetrieb. Also wirklich, einfach wirklich schaut, dass ich möglichst keine fossile Energie brauche. Die einzige fossile Energie, die ich noch brauche, ist eigentlich für die Traktoren. Da ist die Technik noch nicht so weit und da warte ich schon noch drauf. Wenn ich zwar gerne allwett bin, bin ich bei den Pionieren dabei, aber im Augenblick ist da noch nicht wirklich, was Mark treift dafür. Als du begonnen hast, umzustellen vor vielen Jahren, hat man dich da als Freak bezeichnet? Bezeichnet direkt vielleicht nicht, aber wahrscheinlich schon sich das eine oder andere gedacht. Und vor allem, also damals bei den kleinen Anlagen vielleicht noch nicht. Aber dann, wie dann die Elektroautos kommen sind und die wirklich große Anlage, die ich letztes Jahr dann gemacht habe, da hat vielleicht der andere oder andere schon gesagt, dass ich vielleicht ein kleiner Spinner bin. Wobei sich das heuer sehr, das Blatt sehr schnell auch zu meiner Verwunderung gewendet hat. Also ich habe mir diese Anlage damals kalkuliert und habe mir es relativ schön rechnen müssen, dass sie sich relativ hoffentlich die nächsten 20 Jahre also abzahlt mit den jetzigen Strompreisen. Die, was ich gar nicht einmal gutiere. Also ich bin gar nicht so happy darüber, dass der Strompreis so steigt, weil es nicht sozial ist. Aber im Augenblick nehme ich das Geld natürlich, keine Frage. Und da ist der jetzt wirklich, würde ich sogar fast sagen, unverschämt hoch. Also das ist auch nicht gesund. Ich bin nicht der große Fan davon. Aber im Augenblick ist jeder neidig auf diesen Strom, den, was ich da hier produziere. Du hast ja über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt, was erneuerbare Energien anbelangt. Was würdest du heute damit anders machen als damals? Für mich würde ich nicht sehr viel anders machen. Aber was ich empfehlen würde, wenn jetzt einer überlegt, eine Photovoltaikanlage zu bauen, einfach wirklich alles gleich. Also gleich einen ordentlichen Plan, sich durchzudenken. Vielleicht auch schon, falls er ein Autobesitzer ist, ein Elektroauto mitzudenken. Und einfach das Haus halbwegs anzufüllen mit Photovoltaikmodulen. Weil den Strom wird man immer brauchen. Also das ist, da bin ich mir ganz sicher. Und überhaupt, wir haben ja, die Klimakrise sind wir eh schon mittendrin. Wir leben das gerade wieder mit dem trockenen Frühjahr. Und wir müssen ganz schnell was tun. Und jeder, der Geld hat auf der Seite, sollte da investieren in erneuerbare Energien. Am besten auf seinem Dach oder, wenn er kein Dach, kein Passendes hat, in irgendwelche Gemeinschaftsprojekte. Da gibt es jetzt einfach coole Sachen. Da gibt es Bürgerenergien. Gemeinsam kann man die machen. Also ich glaube, dass man, wenn man in das richtig schön lebt, dass das recht eine schöne Sache sein kann. Und wir müssen ganz schnell die Energiewende schaffen. Und eben, das ist das, was mich antreibt. Ich habe vier Kinder, um diesen Kindern eine Zukunft zu ermöglichen. Überhaupt eine Zukunft zu ermöglichen.